Konnichiwa und herzlich willkommen zu unserem Rezensionsvideo, dieses Mal mit Onitama. Onitama ist ein reines Zweispielerspiel, erschienen bei Pegasus Spiele, mit einer Spieldauer von 15 bis 20 Minuten angegeben auf der Box, das ist auch durchaus realistisch. Am besten beschreiben kann man Onitama als schachähnliches Strategiespiel und auf der Box steht, es sei ein einfaches und elegantes Spiel über taktische Kampfkunst. Einfach zu lernen vielleicht, dafür aber schwierig zu meistern. Schauen wir es uns einmal an. Onitama ist wie gesagt ein kompetitives Zweispielerspiel. Jeder Spieler verfügt über einen Meister, einen Lehrmeister und entsprechend vier Schüler. Ziel des Spiels ist es, entweder den gegnerischen Lehrmeister zu schlagen oder aber mit dem eigenen Lehrmeister das Tempelfeld des Gegners zu betreten. Jeder Spieler bekommt zwei Bewegungskarten, die aus einem reichhaltigen Deck entnommen werden, die dem Spiel enthalten sind und es wird eine zusätzliche Bewegungskarte aufgedeckt. Diese zusätzliche Bewegungskarte sagt dann auch anhand dieser Farbe hier in der Ecke, wer der Startspieler ist. In diesem Fall wäre das der rote Spieler. Der rote Spieler kann jetzt eine seiner Spielfiguren auswählen, ganz egal ob Lehrmeister oder Schüler, und eine der entsprechenden Bewegungen ausführen. Auf den Karten sehen wir das schwarze Feld, welches die Spielfigur symbolisiert und eben diese hervorgehobenen Felder sind die Felder, die wir betreten können. Gegnerische Figuren werden dabei übersprungen. Das heißt, wenn ich jetzt den Schüler meinetwegen hier stehen hätte und ich würde den Elefanten bewegen, könnte ich mich entweder hier hinten bewegen oder hier hin und so weiter und so fort. Nachdem ich eine Bewegung ausgeführt habe, gehen wir also wirklich davon aus, wir würden jetzt beispielsweise mit unserem Lehrmeister den Elefanten spielen, würde dieser Lehrmeister an den anderen Spieler weitergehen und wir würden eben diese fünfte Karte bekommen, die Gottesanbeterin, und hätten in der nächsten Spielrunde die Gottesanbeterin und den Tiger zur Verfügung. Unser Gegenspieler muss jetzt den Kranich oder den Hahn spielen. Gehen wir einfach davon, er würde jetzt zum Beispiel mit einem seiner Schüler den Hahn spielen, so würde der Hahn entsprechend weiter rotieren zu dem roten Spieler und der blaue Spieler würde entsprechend den Elefanten bekommen. So geht das Spiel weiter, bis wie gesagt einer der Lehrmeister geschlagen wird oder ein Lehrmeister das gegnerische Tempelfeld erreicht. So, das ist Unitama. Wie gesagt, einfach zu lernen, schwierig zu meistern. Ich denke, damit kann man das Spiel wirklich am besten beschreiben. Was Unitama schafft, ist mit sehr einfachen Mitteln, mit sehr einfachen Regeln ein unheimlich komplexes Spiel auf den Tisch zu bringen. Und das ist das, was ich an dem Spiel wirklich so mag. Man muss unheimlich vorausschauend spielen, man muss planen, insbesondere auch die Bewegungen berücksichtigen, die mein Gegner in seinem nächsten Zug hat, durch die Karten, die ich eben halt auch spiele und ihm übergebe. Und ich muss auch meinen Zug bereits vorausplanen. Ich muss wissen, welche Bewegungen stehen mir in der nächsten Runde zur Verfügung, eben halt auch auf Grundlage der Karten, die er mir ja geben muss. Von daher muss ich eben halt schon schauen, wie ich meinen Gegner ausmanövrieren kann und vor allen Dingen auch aufpassen, dass mein Gegner mich selbst nicht ausmanövriert. Von daher, sehr, sehr schönes Zwei-Spieler-Spiel kann ich nur empfehlen. Gibt es irgendwas Negatives zu sagen? Eigentlich nicht. Die Produktionsqualität ist gut, okay. Ja, die Figuren tun das, was sie tun müssen. Okay, sie können vielleicht ein bisschen schöner aussehen, aber bei dem Preis kann man da wirklich nichts sagen. Von daher gibt es von mir 8 von 10 Punkten für Onitama. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn du ein Like da lässt. Sollten dir irgendwelche Begriffe gefallen sein, die dir jetzt nicht sagen, kannst du gerne unsere Website besuchen. Da sind nochmal alle Spielbegriffe in unserem Glossar erläutert. Ansonsten, wenn du auch keine weiteren Rezensionen von uns verpassen möchtest, kannst du auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ansonsten, stay geeky, bis zum nächsten Mal.